Es ist das letzte für mich. Meinst du das entscheidende Spiel? Das entscheidende Spiel. Ne, das hätte man vorher sagen müssen. Ja, aber... Du kannst es nicht, nachdem du die Map gesehen hast, sagen, ja, das ist das entscheidende Spiel. Das stimmt, das stimmt. Ja, das finde ich auch unfair. Na gut. Ja, das nächste, das entscheidende Spiel. Ne, ne. Doch. Ja, das nächste, auf jeden Fall. Ich vergiss den Ballad gewaschen. Das finde ich gut. Nein, mach so. Okay, gut. Achtung, Hook. Ist das ein bisschen anders geworden, oder täuscht das? Ne, es gibt nur eine Map, die es... Nein! Oh, yeah! Oh, nein. Da habe ich es wieder losgelassen. Im Glück ist das nicht die alles entscheidende Runde, das wäre richtig beschissen. Nein! Da müsste es mich auch noch anstrengen. Schön, Trich. Es ist nicht die alles entscheidende Runde. Einfach, einfach, einfach in die Druck gesprungen. Na, bei der alles entscheidenden Runde würde solche Fehler natürlich nicht passieren. Bei der alles entscheidenden Runde? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber langsam. Tschüss, Johnny. Ach, das hat noch so. Treff mal. Könnt ihr mal kurz ein bisschen langsamer machen, bitte? So ganz kurz anhalten. Nein! Ich bin bei dem Bus verpackt. Ist ja nett von euch. Au, Richard, kriegt einfach mal... Ey, gut. Ja, der ist aber halt... Halt immer so schlecht eins. Ach, Mann, ey. Ach, der Plan war super. Der Plan war fantastisch. Ich habe ihn nicht verstanden, aber er war super. Nein, warum? Wow. Jakob. Hä, was? Ja, kein Bock. Ich will ihn ja auch mal überleben. Lass doch mal, dass ich lebend ankomme. Das sind die Kleinerfolge. Wobei, ich bin ja gerade schon hier oben lang. Ich habe mich angelogen. Tschönie, Freund. Tschönie. Nein, ich tschönie. So. Richard, streng wir uns jetzt mal mit an. Okay. Machen wir jetzt mal wieder. Nein, nein, nein. Wuhu. 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 Du hast eine Kiste geklappt. Wie habe ich das überlebt? Holy shit. Ich hätte nicht eigentlich vier wieder töten sollen. Einen lässt er stehen. Wirklich. Wie habe ich das überlebt? Einen? Ist da was zum greifen oben? Anything? Wäre ich aber nicht? Wie viel Alay war noch die Kristen auf? Weil er keinen Fall hat. Scheiss. Super. ja bei mir hat es geklappt so jetzt kommt die stelle hier wo ich jetzt dran gedacht hätte aber da kommt dieses scheiß ding einfach du musst du bist ein boost durchhalten ja das war sehr prediktet ich dachte da kommen die kisten deswegen genau aber die kisten waren halt einfach druckt gibt nur eine person die sich tut einer geht hoch nein 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 und das erste mal möchte sie nicht weil sie jemand danke kommen diese stelle ist so nervig doch keiner die abkürzung genommen hat welche abkürzung ganz da unten lang ja und er hat da schon drauf bock ach so cool aussehen natürlich er hat's getan dieser madman ja du musst auch manchmal was riskieren auch nicht schlecht irgendwie ja das komm schon okay ich will mein hook driften boden nein warum bist du da gesprungen mag das war knapp ich weiß auch nicht ich muss ja das gefühl ich bin nicht getackt worden in der luft ja man kann es am meisten angreifen kann man tatsächlich kann man tatsächlich das seiten wir haben schon einen timer leute kann man jemand sterben ich magbomben timer nicht was passiert da stirbt da der letzte nein ich hoffe nicht explodiert einfach der rand und so kleiner und aber das leben hat er noch einfach auf den falschen geguckt aber das ist dann mal in der frage was du da machst wenn ich mit dem kommt und damit sind wir wieder beisammen er hat echt viel gebracht leute ich so intensiv in der letzte runde es wäre es der erste entscheidende runde leute aber es ist nicht die erste entscheidende aber es ist nicht die erste entscheidende ah ich verdammt ja ich wusste nachkommen schon ja bei jakob ich geh auf alles wusste dass das passiert aber ich bin zu früh gesprungen fuck super ich kein item wow das war natürlich auch eine dumme stelle alter wie ist denn das ist keine ahnung wie der wirkt was mein spiel hat gedeckt irgendwie ich bin nicht nach oben gesprungen ich bin nach unten gefallen als ich gedrückt habe ah Mist ah das könnte es gewesen sein mein spiel hohohoho ich liebe das riesiger ich liebe das riesiger ich liebe das riesiger aber das war nicht von der kiste getötet von der kiste getötet die nicht die 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 ne die Damen die die Ja Johnny, ist so vielleicht schon... Kann ein bisschen länger dauern als glaube ich hier. Hu hu hu! No. Du hast Zeit. Aha! Bist du woher bist? Das nicht auf mich gegangen ist, das war auch ziemlich... Nein! Nein! Also Richard, ich bin dafür, dass das die Entscheidung ist. Dann habe ich nämlich eine Chance zu gewinnen. Aber Jakob gewinnt doch. Du hast gechinkst. Ich dachte ich schaff's. Ja, das war das... Ich dachte ich schaff's vor Jakob, aber... Du hast ja alles entscheidende Runde gewonnen, Leute. Nee. Und zwar machen wir... Eine... Du hast Level 15. Okay. Ich bin auch weit Level 15. Dann müsstest du ja auch bei den Kisten freischalten. Schon wieder so diese... Du hast jetzt eigentlich gesagt, das ist die alles entscheidende Runde? Ja, das habe ich gesagt. Ja, das haben wir tatsächlich gesagt. War mir nicht sicher. Deswegen ist ja auch eine Workshop-Map, sonst kann ich ja nicht gewinnen. Boah, wessen Kiste? Eine. Das in der alles entscheidenden Runde. Das ist schon echt gemein, Leute. Ich wollte warten, bis ich einen hucken kann. Okay, Jakob. Und was passiert? Solche Spiele treibst du in der alles entscheidenden Runde? Ja klar. Wenn ich was verkacke? Oh, was ist denn hier los mit der anderen Stelle? Ich weiß auch nicht. Alles entscheidende Runde. Das war... Zu viel. Beide Sorge, ich verkacke die Stelle da immer. Aber was machst du... Ohhhh. Nicht schlecht. Also ist schon einiges geboten in der alles entscheidenden Runde. Nein. Oh, wegen dir konnte ich nicht so geil schwingen. Uh, da war ein Laser. Oh, da kam noch mal ein Hook in der alles entscheidenden Runde. Drei Hooks. Wie kann man denn da haben? Und Max, du wolltest die erste Runde in der alles entscheidenden Runde. Hehehe. Johnny gewinnt jetzt gleich mit seinen... Oh, wie soll ich in dem ausweichen? Einfach oben bleiben, weil man es gesehen hat. In der alles entscheidenden Runde. Warum ist denn da der Boost nicht? In der alles entscheidenden Runde. 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 Nein! Nein! Ich höre doch mal auf von dir fucking Druck zu reden. Ich bin schon, als wenn da alles in scheinende Runde ist. Oh shit! Wie hab ich das denn verkackt? Achso, wir haben ja nen Timer, Sperre. What?! Ich bin einfach nach unten geflogen. Und das sind alles in scheinende Runde? Ja, das ist scheinende Runde. Ah, ich hab verkackt. Ah fuck. Er ist wieder anstrengend, Mann. Ich dachte, man kann das ja mal gemütlich machen. Warum? Ging das zu weit nach unten? Go Richard! Du kannst Max nicht zwei Punkte geben in der alles in scheinende Runde. Oh, diese Kisten! Hättest du einfach hooken müssen. Aber danach kommst du an diese Wand dort. Das ist sehr gefährlich. Ja, das ist eben gut, wenn man da keinen Druck verspürt in der alles in scheinende Runde. Ja, das ist korrekt. Oh ne, Kiste. Nein, der Alten fällt mir runter. Die werden vorbei, bitte. Hoch. Ich krieg's nicht hin, davon Fuß zu kriegen. Ich hab verkackt. Nein. Ich kann die Stelle nicht mehr hin. Nooo! Oh Gott. Wirklich? Wow! Das war ja... Du hast mich halt in den Laser reingedinkst. Ja, 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 ja. Wie als wär's die alles in scheinende Runde gewesen? Gut war das davor ja schon, die alles in scheinende Runde. Die inoffizielle alles in scheinende Runde. Ich war fast unter allen Kisten durchgekommen. Nein! Nein! Jakob, bitte, das darf ich halt... Wirklich! Wirklich! Gar kein Problem. Mach jetzt hier lang. Komm schon, Jakob! Den neuen Weg jetzt. Da ist noch ein Eisstrahl, das ist gar kein Problem für mich. Wär ziemlich krass, wenn du in der alles in scheinenden Runde nicht einen Punkt bekommst, Jakob. Das wär wirklich krass, oder? Was ist denn da? Und damit... Ich bin aber halt auch wirklich einfach wieder runter. Ist es passiert? Ich verkünde mit Stolz in der ersten Runde Jakob mit null Punkten. Max mit zwei Punkten. Jonathan mit zwei Punkten. Ich glaub ich hatte noch eins. Und Richard mit drei Punkten. Ich würde sagen, das steht jetzt egal. Das ist die falsche Punkte-Einzeiger. Mit einer alles kleideten Runde. Weißt du was? Und das sag ich nur, gut gespielt. Und bedanke mich. Wow. Du kannst jetzt für den 23.5. bist du auf ewig der allerbeste... Ich hab mein Datum vergessen, da war ich auch mal der allerbeste. Der Ruhm wär nicht lang. Der Ruhm wär nicht lang. Ich werde jetzt jedes Jahr... eine große Feier veranstalten zum 23.5. Okay. Ich hoffe. Wow. Gucken. Was ist das nächstes Jahr für ein Tag? Dienstag. Wie weißt du das so schnell? Ich hab's auch gerechnet. Oh ja. Ich hab's auch gerechnet. Na das. Ich hab's auch gerechnet.